Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Boom Beach. Es ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal Boom Beach aufgenommen habe. Und wir wollen jetzt mal gucken auf Saison Nummer 2. Die hat begonnen. Ähm, zunächst einmal müssen wir was upgraden. Da was upgraden, genau, verbessern. Und ich hab immer noch den zweiten Bauarbeiter. Ich weiß nicht, ich krieg den irgendwie nicht gekündigt. Ich muss mich da nochmal dran setzen. So, das sammeln wir ein. Bei der Operationsbelohnung sammeln wir, äh, Holz ein. Dann, ansonsten, Truppen, bauen wir mal eben was aus. Die dauern jetzt 15 Minuten. Wir können auf jeden Fall, glaube ich, später noch einen Angriff machen. So. Ich bin jetzt wieder Level 1. Nee, doch nicht. Doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Doch nicht, 4, 5. Alter. Okay. Okay. Ich bin Rang 9. Ich hätte es eigentlich cooler gefunden. Ich hätte von Anfang an dann neu angefangen. Lol. Es ist von einer anderen Seite. Alles klar. Es ist von einer anderen Seite. Lol, jetzt kann ich alle Kisten nochmal abholen. Wie geil ist das denn? Jetzt kann ich alle Kisten nochmal abholen. Belohnungen einsammeln. Die Holzkisten erstmal. Okay, Rang 9. Das ist natürlich nicht schlecht. Andererseits, ich hätte es eigentlich auch gefeiert. Man hätte wieder von 1 angefangen. Hätte ich irgendwie cooler gefunden. Weiß ich nicht. Aber wir werden mal sehen. Das sind gerade richtig viele Belohnungen. Wir werden auf jeden Fall natürlich deutlich über eine Million von diesem Verbesserungszeugs kommen. Verbesserungsmarken. Genau. Eine Million Verbesserungsmarken. Wir sind ja jetzt schon auf dem Weg dahin. 115.000 sind in dieser Kiste drin. Alte Schwede. Aber es macht immer noch Spaß. Vor allem seit ich den vierten Maschinenraum bekommen habe. Da hat es extrem Spaß gemacht. Okay, wir kommen ganz knapp über... Wir kommen ganz knapp über eine Million. Alles klar. So. Das ist das. Rang 10, Rang 11. Ich war ja bis Rang 17... Ne, 18. Ich war kurzzeitig Rang 18. Alles klar. Das sieht doch gut aus. Ich habe nur... Ich habe nur... Ich habe voll wenig nur. Ich habe voll wenig Zeugs. Nur guckt euch das mal an. Ich habe gar nichts. Ich habe nichts. Deswegen... Ich baue mal eben kurz um. Ich baue mal eben kurz um. Dann greifen wir an. Bis gleich. Okay. Ich habe, glaube ich, etwas Mist gebaut. Und zwar habe ich, glaube ich, direkt am Anfang... Ich habe nicht gedacht, dass ich keinen Rauch habe. Jetzt habe ich die Krieger gemaxed. Und das ist nicht gut. Das ist wirklich gar nicht gut. Und da müssen wir jetzt wirklich mal gucken. Keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich jetzt gar nichts reißen können. Weil ich jetzt... Wie gesagt, ich habe die Krieger auch gemacht. Und die sind nicht gut. Zumindest nicht so gut, wie ich mir das erhofft hatte. Warte mal. Äh... Die beiden weg. Hoffentlich. Reicht das? Hallo? Okay. Einen noch. Ähm... Ansonsten schicken wir die Krieger mal dahin. Natürlich. Auf den Maschinenraum. Ey, das kann ich jetzt gar nicht einschätzen. Das ist wirklich mein allererster Angriff in Season 2. Ich kann es nicht einschätzen. Aber so gar nicht. Ich kann es jetzt so... Nein! Was macht ihr denn? Ihr sollt da drauf gehen. Hallo? Ihr sollt auf den Maschinenraum gehen. Bitte, bitte. Geht auf den Maschinenraum. Geht bitte auf den Maschinenraum. Was hat der Gegner gemacht? Noch gar nichts? Okay. Los. Halt euch. Halt euch. Macht alles kaputt. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Lol. Wir gewinnen. Okay. Wir gewinnen. 3 Minuten 19. Es ist komplett anders. Es ist komplett anders. Ich finde das so geil, dass sie jetzt die Anordnung verbessert haben. Beziehungsweise nicht verbessert haben, sondern umgelegt haben. Er gibt... Lol. Was macht er? Was macht er? Hä? Wieso gibt er auf? Wieso tut er das? Da kriegt er überhaupt keinen Maschinenraum. Warum gibt er auf? Okay. Warum auch immer er das jetzt gerade getan hat. Wir müssen uns jetzt alles wieder erarbeiten. Eieieiei. Ich habe aber welche fertig. Oder? Ne, warte mal. Da fehlt noch was. Haben wir. Verstärkt. 59 habe ich noch. Ich habe ansonsten noch die Schützen so ein bisschen hochgezogen. Aber ich glaube, ich werde mich... Soll ich mich jetzt auf die Verteidigung konzentrieren? Ja, guck dir das mal an. Wow. Wow. Das ist natürlich gar nicht gut. Alter. Der hat das ja echt ziemlich hochgezogen. Hm. Eins, zwei. Mal gucken, ob wir da jetzt was ausrichten können. Gar nicht wahrscheinlich. Oh, so gerade eben. Eieieiei. Ich muss echt gucken, was ich jetzt mache mit den Kriegern. Alter Schwede. Das wird eine lustige Saison. Das wird auf jeden Fall eine lustige Saison. Vor allem, wenn die Krieger jetzt gleich alle schon tot sind. So, danach da drauf. Okay, das hier werde ich gar nichts reißen jetzt. Nein. Das war gar nichts. Geil, ey. Das war ja gar nichts. Wieso war der denn so hoch? Okay, er hat Schützen. Die Frage ist, kriegen wir es hin, das irgendwie zu verteidigen? Es werden einige Schützen jetzt gleich sterben. Aber nicht alle. Nicht ausreichend. Okay, den haben wir auf jeden Fall verloren. Den haben wir auf jeden Fall verloren. Ich weiß aber nicht genau, warum der so viel besser war als ich. Vor allem von den Verteidigungsgebäuden. Der muss echt die Verteidigungsgebäude ziemlich hochgezogen haben. Es fehlt halt der Rauch. Es fehlt echt der Rauch. Den habe ich nicht. Weil ich blöd bin. Ja, können wir zwar freischalten. Oh, ne, habe ich ja sogar noch einen. Oh. Oh, 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 oh. Dann schicken wir den noch nach da. Dann machen wir das so. Dann setzen wir den nach da. Dann setzen wir den nach da. Dann noch nach da. Dann noch nach oben. Okay. Ich weiß halt nicht. Ich muss das sonst mal noch einschätzen. Können wir noch etwas upgraden? Oh, okay. Was nehmen wir denn jetzt mal? Äh, nehmen wir den? Alter, okay, jetzt, jetzt, jetzt wird's was. Okay, jetzt wird's was. Ich versuche es jetzt erst mal so ein bisschen zu verteilen. Versuche das jetzt erst mal so ein bisschen zu verteilen. So, neue Tripskis. 44 haben wir noch. 3, 2, 1, los. Wir wollen gar nicht auf jeden Fall noch einen richtigen Eingang auf machen. Aber ich bin gerade so geflasht einfach von der neuen Saison. Okay, das ist natürlich nicht gut. Äh, bitte nicht alles. Mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt. Mach kaputt. Haben wir schon mal gleich zwei Sachen kaputt? Okay, zwei Sachen haben wir. Jetzt haben wir gleich die dritte Sache zumindest schon mal angeschlagen. Das ist echt das Problem, dass ich jetzt, dass ich die Krieger habe und die Krieger nicht gut sind. Für diese Aufgaben jetzt. Er hat schon einen zerstört von mir. Was soll ich machen? Ich werde jetzt hier nichts zerstören können. Ich werde, ich werde nichts kriegen jetzt. Ich werde nicht einen einzigen Raum von ihm zerstören können. Guckt erst mal, passt mal auf, wie schnell die jetzt fallen, die Krieger. Könnt ihr euch jetzt angucken, wie schnell die Krieger jetzt gleich kaputt sind. Ey, was soll ich machen? Ich kann gar nichts zerstören. Ich kann nichts machen. Okay, wir müssen, glaube ich, doch die Schützen mal nehmen. Niederlage, wie... Was? Wie konnte der das denn so schnell? Ne, warte mal. Ich muss auf die andere Wiederholung. Ich muss auf die andere Wiederholung. Okay, wir wollen uns das jetzt mal eben angucken. Was hat er gemacht? Hat er Schützen genommen? Nein, auch Krieger genommen. Wieso kam der denn so schnell durch? Ich glaube ich... Oder wollen wir mal die Taktik von dem anderen kopieren? Na gut, ich baue mal eben um. Okay, ich habe mal umgebaut. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut ist oder nicht. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall mal Schützen mit. Testen einfach. Wobei, ich kann ja... Ich kann ja gleich noch umbauen. Je nachdem, was wir jetzt für den Gegner haben. Äh... Mal gucken. Ich nehme einfach... Wir probieren es nochmal mit... Wir probieren es nochmal mit den... Äh, mit den... Wie heißen Sie mit den Kriegern? Wir probieren es nochmal mit den Kriegern. Schicken sie jetzt alle da drauf. Gucken mal, dass wir schon mal was kaputt bekommen. Ich weiß halt nicht, was mein... Was mein anderer Kollege eben besser gemacht hat als ich. Das würde mich echt mal interessieren. Was hat der eben besser gemacht als ich? Da drauf. Nochmal heil drauf. Dass ihn kaputt ist. Gleich auf den Maschinenraum drauf. Kriegen wir wenigstens einen kaputt. Bitte. Ich muss doch irgendwann mal... Ich muss doch wenigstens irgendwann mal noch das andere fertig kriegen hier. So, jetzt nach oben. Nein, sie werden da drauf gegangen. Sie werden da drauf gegangen. Oh, das wird eine harte Saison. Das wird eine harte Saison werden. Eieieiei. Das wird... Das wird... Das wird eine harte Saison. Aber ey, der Gegner hat noch nichts zerstört. Der Gegner hat noch nichts zerstört. Jetzt muss ich mich echt quälen, weil ich so blöd worden hab. Die Krieger abgegradet. Eieiei. Oh. Hat gar nichts hingekriegt. Hat gar nichts hingekriegt. Was hat er da gemacht? Nein, das war ich. Ach man, ich vertue mich immer mit den Wiederholungen. Bitte nicht abstürzen. Dankeschön. Gegnerische Wiederholung. Was hat er gemacht? Nix. Gar nichts hat er gemacht. So, drei von acht. Bitte, bitte, bitte. Gib mir noch weiter. Eins, zwei, drei, vier. Das ist sowieso mein letzter Angriff. Dann hab ich ja eh keine Krieger mehr. Gegen einen asiatischen Kollegen. Und er hat auch drei Maschinenräume. Da vorne noch. Oh Gott. Starke Base. Ich weiß nur nicht, was ich machen soll. Und wenn ich mal... Wollen wir mal schützen, probieren? Ja, komm. No risk, no fun. Äh, nach da. Vielleicht das mal kaputt? Boah, das geht gar nicht kaputt. Dafür hab ich jetzt schon dreimal die Kanone verschwendet. Alter. Dafür hab ich jetzt dreimal die Kanone verschwendet. Guck mal, wie schnell die fallen. Guck mal, wie schnell die jetzt kaputt gehen. Oh, 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 oh. Das wird schwierig. Leute, der hat sogar einen Schockwerfer. Oder wo kam der her? Nee, das war die Bombe. Ei, 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 ei. Das wird, das wird, das wird, das wird ne harte Saison. Das wird ne harte Saison. Aber es wird auch, es wird aber auch herausfordernd. Wir kriegen keinen Raum kaputt. Das ist echt blöd, weil ich... Das fehlt mir natürlich wieder alles dann für die Kisten, ne? Das ist echt... Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich die Saison mag. Das ist echt tricky. Es zieht sich. Es zieht sich wirklich. Zuschauen. Wie weit ist er? Vor allem, wie kriegt er das? Ah, der hat einen Held. Er leckt mich doch am Arsch. Wie geht das denn? Wie geht das denn? So weit bin ich noch gar nicht. Da gibt's, da gibt's, da gibt's Sargent Brick. Alter, okay. Das wird hart. Das wird auf jeden Fall hart. Was ist da? Das ist Möpkes. Okay, wir machen dann in der nächsten Folge noch einen Angriff und ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich muss es jetzt erstmal alles verdauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye. Boom Beach. Warships. Season 2. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tobi. Ich muss es jetzt versuchen, wir machen jetzt ein Reinhard. gardener, aber es wird es ein Schleuner. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020